Die fröhliche Wissenschaft Vorrede zur zweiten Ausgabe 1 Diesem Buche tut vielleicht nicht nur eine Vorrede Not. Und zuletzt bliebe immer noch der Zweifel bestehen, ob jemand ohne etwas Ähnliches erlebt zu haben, dem Erlebnisse dieses Buches durch Vorreden nähergebracht werden kann. Es scheint in der Sprache des Tauwinds geschrieben. Es ist Übermut, Unruhe, Widerspruch, Aprilwetter darin, so daß man beständig ebenso an die Nähe des Winters als an den Sieg über den Winter der gemahnt wird, der kommt, kommen muß, vielleicht schon gekommen ist. Die Dankbarkeit strömt fortwährend aus, als ob eben das Unerwartetste geschehen sei, die Dankbarkeit eines Genesenden, denn die Genesung war dieses Unerwartetste. Das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der einem furchtbaren, langen Drucke geduldig widerstanden hat. Geduldig, streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber ohne Hoffnung. Und der jetzt mit einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der Hoffnung auf Gesundheit, von der Trunkenheit der Genesung. Was Wunders, daß dabei viel Unvernünftiges und Närrisches ans Licht kommt, viel mutwillige Zärtlichkeit, selbst auf Probleme verschwendet, die ein stacheliges Fell haben, und nicht danach angetan sind, geliebt kost und gelockt zu werden. Dies ganze Buch ist eben nichts als eine Lustbarkeit nach langer Entbehrung und Ohnmacht, des frohlockenden, wiederkehrenden Kraft, des neu erwachten Glaubens an ein Morgen und Übermorgen, des plötzlichen Gefühls und Vorgefühls von Zukunft, von nahen Abenteuern, von wiederoffenen Meeren, von wiedererlaubten, wiedergeglaubten Zielen. Und was lag nunmehr alles hinter mir, dieses Stück Wüste, Erschöpfung, Unglaube, Vereisung mitten in der Jugend, dieses eingeschaltete Greisentum an unrechter Stelle, diese Tyrannei des Schmerzes, überboten noch durch die Tyrannei des Stolzes, der die Folgerungen des Schmerzes ablehnte. Und Folgerungen sind Tröstungen. Diese radikale Vereinsamung als Notwehr gegen eine krankhaft hellseherisch gewordene Menschenverachtung, diese grundsätzliche Einschränkung auf das Bittere, herbe, wehretuende der Erkenntnis, wie sie der Ekel verordnete, der aus einer unvorsichtigen, geistigen Diät und Verwöhnung, man heißt sie Romantik, allmählich gewachsen war. Oh, wer mir das alles nachfühlen könnte! Wer es aber könnte, würde mir sicher noch mehr zugutehalten als etwas Torheit, Ausgelassenheit, fröhliche Wissenschaften, zum Beispiel die Handvoll Lieder, welche dem Buche diesmal beigegeben sind, Lieder, in denen sich ein Dichter auf eine schwer verzeihliche Weise über alle Dichter lustig macht. Ach, es sind nicht nur die Dichter und ihre schönen, lyrischen Gefühle, an denen dieser Wiedererstandene seine Bosheit auslassen muss. Wer weiß, was für ein Opfer er sich sucht, was für ein Untier von parodischem Stoff ihn in Kürze reizen wird. Incipit tragedia heißt es am Schluße dieses bedenklich-unbedenklichen Buches. Man sei auf seiner Hut. Irgendetwas ausbindig Schlimmes und Boshaftes kündigt sich an. Incipit parodia. Es ist kein Zweifel. 2. Aber lassen wir Herrn Nietzsche. Was geht es uns an, dass Herr Nietzsche wieder gesund wurde? Ein Psychologe kennt wenig so anziehende Fragen wie die nach dem Verhältnis von Gesundheit und Philosophie. Und für den Fall, dass er selber krank wird, bringt er seine ganze wissenschaftliche Neugierde mit in seine Krankheit. Man hat nämlich, vorausgesetzt, dass man eine Person ist, notwendig auch die Philosophie seiner Person. Doch gibt es da einen erheblichen Unterschied? Bei dem einen sind es seine Mängel, welche philosophieren. Bei dem anderen seine Reichtümer und Kräfte. Ersterer hat seine Philosophie nötig, sei es als Halt. Beruhigung, Arznei, Erlösung, Erhebung, Selbstentfremdung. Bei letzteren ist sie nur ein schöner Luxus. Im besten Falle die Wolllust einer triumphierenden Dankbarkeit, welche sich zuletzt noch in kosmischen Majuskeln an den Himmel der Begriffe schreiben muss. Im anderen, gewöhnlicheren Falle aber, wenn die Notstände Philosophie treiben, wie bei allen kranken Denkern, und vielleicht überwiegen die kranken Denker in der Geschichte der Philosophie, Was wird aus dem Gedanken selbst werden, der unter den Druck der Krankheit gebracht wird? Dies ist die Frage, die den Psychologen angeht. Und hier ist das Experiment möglich. Nicht anders als ein Reisender macht, der sich vorsetzt, zu einer bestimmten Stunde aufzuwachen und sich dann ruhig dem Schlafe überlässt, so ergeben wir Philosophen gesetzt, dass wir krank werden, uns zeitweilig mit Leib und Seele der Krankheit. Wir machen gleichsam vor uns die Augen zu. Und wie jener weiß, dass irgendetwas nicht schläft, irgendetwas die Stunden abzählt und ihn aufwecken wird, so wissen auch wir, dass der entscheidende Augenblick uns wach finden wird, dass dann etwas hervorspringt und den Geist auf der Tat ertabt. Ich meine auf der Schwäche oder Umkehr oder Ergebung oder Verhärtung oder Verdüsterung und wie all die krankhaften Zustände des Geistes heißen, welche in gesunden Tagen den Stolz des Geistes wider sich haben. Denn es bleibt bei dem alten Reime. Der Stolze Geist, der Pfau, das Pferd sind die drei stolzesten Tier auf der Erde. Man lernt nach einer derartigen Selbstbefragung, Selbstversuchung, mit einem feineren Auge nach allem, was überhaupt bisher philosophiert worden ist, hinsehen. Man errät besser als vorher die unwillkürlichen Abwege, Seitengassen, Ruhestellen, Sonnenstellen des Gedankens, auf die leidende Denker gerade als Leidende geführt und verführt werden. Man weiß nunmehr, wohin unbewusst der kranke Leib und sein Bedürfnis den Geist drängt, stößt, lockt, nach Sonne, Stille, Milde, Geduld, Arznei, Labsal in irgendeinem Sinne. Jede Philosophie, welche den Frieden höher stellt als den Krieg, jede Ethik mit einer negativen Fassung des Begriffs Glück, jede Metaphysik und Physik, welche ein Finale kennt, einen Endzustand irgendwelcher Art, jedes vorwiegend ästhetische oder religiöse Verlangen nach einem Abseits, jenseits, außerhalb, oberhalb, erlaubt zu fragen, ob nicht die Krankheit das gewesen ist, was den Philosophen inspiriert hat. Die unbewusste Verkleidung physiologischer Bedürfnisse unter die Mäntel des Objektiven, Ideellen, rein Geistigen, geht bis zum Erschrecken weit. Und oft genug habe ich mich gefragt, ob nicht im Großen gerechnet Philosophie bisher überhaupt nur eine Auslegung des Leibes und ein Missverständnis des Leibes gewesen ist. Hinter den höchsten Werturteilen, von denen bisher die Geschichte des Gedankens geleitet wurde, liegen Missverständnisse der leiblichen Beschaffenheit verborgen, sei es von Einzelnen, sei es von Ständen oder ganzen Rassen. Man darf all jene kühnen Tollheiten der Metaphysik, sonderlich deren Antworten auf die Frage nach dem Wert des Daseins, zunächst immer als Symptome bestimmter Leibe ansehen. Und wenn derartigen Weltbejahrungen oder Weltvermeinungen in Bausch und Bogen wissenschaftlich gemessen nicht ein Korn von Bedeutung innewohnt, so geben sie doch dem Historiker und Psychologen umso wertvollere Winke als Symptome, wie gesagt, des Leibes, seines Geratens und Missratens, seiner Fülle, Mächtigkeit, Selbstherrlichkeit in der Geschichte oder aber seiner Hemmungen, Ermüdungen, Verarmungen, seines Vorgefühls vom Ende, seines Willens zum Ende. Ich erwarte immer noch, dass ein philosophischer Arzt im ausnahmsweisen Sinne des Wortes ein solcher, der dem Problem der Gesamtgesundheit von Volk, Zeit, Rasse, Menschheit nachzugehen hat, einmal den Mut haben wird, meinen Verdacht auf die Spitze zu bringen und den Satz zu wagen. Bei allem Philosophieren handelte es sich bisher gar nicht um Wahrheit, sondern um etwas anderes. Sagen wir um Gesundheit, Zukunft, Wachstum, Macht, Leben. Drei Man errät, dass ich nicht mit Undankbarkeit von jener Zeit schweren Siegtums Abschied nehmen möchte, deren Gewinn auch heute noch nicht für mich ausgeschöpft ist, so wie ich mir gut genug bewusst bin, was ich überhaupt mit meiner wechselreichen Gesundheit vor allen vier Schrötigen des Geistes voraus habe. Ein Philosoph, der den Gang durch viele Gesundheiten gemacht hat und immer wieder macht, ist auch durch ebenso viele Philosophien hindurchgegangen. Er kann eben nicht anders als seinen Zustand jedes Mal in die geistigste Form und Ferne umzusetzen. Diese Kunst der Transfiguration ist eben Philosophie. Es steht uns Philosophen nicht frei, zwischen Seele und Leib zu trennen, wie das Volk trennt. Es steht uns noch weniger frei, zwischen Seele und Geist zu trennen. Wir sind keine denkenden Frösche, keine Objektivier- und Registrierapparate mit kaltgestellten Eingeweiden. Wir müssen beständig unsere Gedanken aus unserem Schmerz gebären und mütterlich ihnen alles mitgeben, was wir von Blut, Herz, Feuer, Lust, Leidenschaft, Qual, Gewissen, Schicksal, Verhängnis in uns haben. Leben, das heißt für uns alles, was wir sind, beständig in Licht und Flamme verwandeln, auch alles, was uns trifft. Wir können gar nicht anders. Und was die Krankheit angeht, würden wir nicht fast zu Fragen versucht sein, ob sie uns überhaupt entbehrlich ist? Erst der große Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes, als der Lehrmeister des großen Verdachtes, der aus jedem U ein X macht, ein echtes, rechtes X, das heißt den vorletzten Buchstaben vor dem Letzten. Erst der große Schmerz, jener lange, langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt, in dem wir gleichsam wie mit grünem Holze verbrannt werden, zwingt uns Philosophen, in unsere letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles gutmütige, verschleiernde, milde, mitleere, wo hinein wir vielleicht vor dem unsere Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu tun. Ich zweifle, ob ein solcher Schmerz verbessert, aber ich weiß, dass er uns vertieft. Sei es nun, dass wir ihm unseren Stolz, unseren Hohn, unsere Willenskraft entgegenstellen lernen und es dem Indianer gleichtun, der, wie schlimm auch gepeinigt, sich an seinem Peiniger durch die Bosheit seiner Zunge schadlos hält. Sei es, dass wir uns vor dem Schmerz in jenes orientalische Nichts zurückziehen, man heißt es Nirvana, in das Stumme, Starre, Taub sich ergeben, sich vergessen, sich auslöschen. Man kommt aus solchen langen, gefährlichen Übungen der Herrschaft über sich als ein anderer Mensch heraus, mit einigen Fragezeichen mehr, vor allem mit dem Willen, für dahin mehr, tiefer, strenger, härter, böser, stiller zu fragen, als man bis dahin gefragt hatte. Das Vertrauen zum Leben ist dahin, das Leben selbst wurde zum Problem. Möge man ja nicht glauben, dass einer damit notwendig zum Düsterling geworden sei, selbst die Liebe zum Leben ist noch möglich, man liebt nur anders. Es ist die Liebe zu einem Weibe, das uns Zweifel macht. Der Reiz alles Problematischen Die Freude am X ist aber bei solchen geistigeren, vergeistigteren Menschen zu groß, als dass diese Freude nicht immer wieder wie eine helle Glut über alle Not des Problematischen, über alle Gefahr der Unsicherheit, selbst über die Eifersucht des Liebenden zusammenschlüge. Wir kennen ein neues Glück. 4. Zuletzt, dass das Wesentlichste nicht ungesagt bleibe. Man kommt aus solchen Abgründen, aus solchem schweren Siegtum, auch aus dem Siegtum des schweren Verdachts, neu geboren zurück, gehäutet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmack für die Freude, mit einer zarteren Zunge für alle guten Dinge, mit lustigeren Sinnen, mit einer zweiten, gefährlicheren Unschuld in der Freude, kindlicher zugleich und hundertmal raffinierter, als man jemals vorher gewesen war. O, wie einem nunmehr der Genuß zuwider ist, der grobe, dumpfe, braune Genuß, wie ihn sonst die Genießenden, unsere Gebildeten, unsere Reichen und Regierenden verstehen. Wie boshaft wir nunmehr dem großen Jahrmarkts-Bumm-Bumm zuhören, mit dem sich der gebildete Mensch und Großstädter heute durch Kunst, Buch und Musik zu geistigen Genüssen und damit Hilfe geistiger Getränke Not züchtigen lässt, wie uns jetzt der Theaterschrei der Leidenschaft in den Ohren wehtut, wie unserem Geschmacke der ganze romantische Aufruhr und Sinnenwirrwarr, den der gebildete Pöbel liebt, samt seinen Aspirationen nach dem Erhabenen, Gehobenen, Verschrobenen, Fremdgeworden ist. Nein, wenn wir Genesenden überhaupt eine Kunst noch brauchen, so ist es eine andere Kunst, eine spöttische, leichte, flüchtige, göttlich unbehelligte, göttlich künstliche Kunst, welche wie eine helle Flamme in einen unbewölkten Himmel hinein lodert, vor allem eine Kunst für Künstler, nur für Künstler. Wir verstehen uns hintendrein besser auf das, was dazu zuerst Not tut, die Heiterkeit, jede Heiterkeit, meine Freunde, auch als Künstler. Ich möchte es beweisen. Wir wissen einiges jetzt zu gut, wir Wissenden. Oh, wie wir nunmehr lernen, gut zu vergessen, gut nicht zu wissen, als Künstler. Und was unsere Zukunft betrifft, man wird uns schwerlich wieder auf den Faden jener ägyptischen Jünglinge finden, welche nachts Tempel unsicher machen, Bildsäulen umarmen und durchaus alles, was mit guten Gründen verdeckt gehalten wird, entschleiern, aufdecken, in helles Licht stellen wollen. Nein, dieser schlechte Geschmack, dieser Wille zur Wahrheit, zur Wahrheit um jeden Preis, dieser Jünglingswahnsinn in der Liebe zur Wahrheit ist uns verleidet. Dazu sind wir zu erfahren, zu ernst, zu lustig, zu gebrannt, zu tief. Wir glauben nicht mehr daran, dass Wahrheit noch Wahrheit bleibt, wenn man ihr den Schleier abzieht. Wir haben genug gelebt, um dies zu glauben. Heute gilt es uns als eine Sache der Schicklichkeit, dass man nicht alles nackt sehen, nicht bei allem dabei sein, nicht alles verstehen und wissen wolle. Ist es wahr, dass der liebe Gott überall zugegen ist? fragte ein kleines Mädchen seine Mutter. Aber ich finde das unanständig. Ein Wink für Philosophen. Man sollte die Scham besser in Ehren halten, mit der sich die Natur hinter Rätsel und bunte Ungewissheiten versteckt hat. Vielleicht ist die Wahrheit ein Weib, das Gründe hat, ihre Gründe nicht sehen zu lassen. Vielleicht ist ihr Name, griechisch zu reden, Baubo. Oh, diese Griechen, sie verstanden sich darauf, zu leben. Dazu tut Not, tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut, stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, an Töne, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu glauben. Diese Griechen waren oberflächlich, aus Tiefe. Und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir Vagehalse des Geistes, die wir die höchste und gefährlichste Spitze des gegenwärtigen Gedankens erklettert und uns von da aus umgesehen haben, die wir von da aus hinabgesehen haben? Warum sind wir nicht eben darin Griechen, Anbeter der Formen, der Töne, der Worte, eben darum Künstler?